Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust heute etwas Neues zu lernen? Großartig! Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, was wir heute lernen werden. Schaut, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden mit einem Football spielen. Ich frage mich, wo? Ich weiß, ich glaube, was das heißt. Wir werden im Park Football spielen, um Zahlen zu lernen. Dina, Dino, habt ihr Lust, auf einer Superbowl-Tafel Zahlen zu lernen? Fantastisch! Als erstes brauchen wir unsere Footballs. Schaut, ein Football mit der Zahl 0 für Dino und ein Football mit der Zahl 1 für Dina. Gehen wir in den Park und schauen, welche Zahlen wir lernen können. Bereit? Schaut, Dino und Dina, wir werden unsere nummerierten Footballs auf die Superbowl-Tafel tun. Seid ihr bereit, eure erste Zahl zu lernen, Dinosaurier? Okay, dann lassen wir das Spiel beginnen. Hervorragend, Dino. Die Zahl 0 ist auf deinem Football- und auch auf der Superbowl-Tafel. Jetzt bist du an der Reihe, Dina. Gut gemacht, Dina. Die Zahl 1 ist auf deinem Football- und auch auf der Superbowl-Tafel. Okay, Leute, sollen wir noch einmal spielen? Okay, spielen wir. Okay, Dino. Du hast eine 2 auf deinem Football- und Dina, du hast eine 3 auf deinem Football. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute so viele Zahlen gelernt. Könnt ihr euch noch erinnern, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Zahlen 0, 1 und... Ja, Dina. Und 2 und 3 gelernt. Klasse gemacht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Habt ihr Lust, was zu lernen? Mal schauen, was das Dino-Rad heute für uns auf Lager hat. Es sieht so aus, als würden wir grüne Eier zählen. Und die Lupe bedeutet, dass wir ein Rätsel lösen müssen. Wir müssen zum Wald. Kommt schon, auf geht's! Es könnte schwer werden, die grünen Eier hier im Wald zu finden. Hast du etwas entdeckt, Dino? Oh, gut gemacht. Du hast sie gefunden. Sie sind sehr groß. Mal schauen, wie viele es sind. 1, 2, 3, 4, 5 grüne Eier. Hey, der Busch hat sich bewegt. Ach du liebe Güte, dahinter versteckt sich ein Drache. Ihr müsst nicht ängstlich sein, Dinosaurier. Er ist nur sehr schüchtern und er braucht eure Hilfe. Zwei seiner Eier sind verschwunden, während er geschlafen hat. Könnt ihr losgehen und sie suchen, während er auf diese hier aufpasst? Ihr nehmt besser einen Korb mit. Dino, komm zurück. Dina hat etwas entdeckt. Du hast eines der verschwundenen Dracheneier gefunden, Dina. Gut gemacht. Jetzt sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eier. Jetzt müssen wir nur noch eines finden. Oh wow, Dino hat noch mehr Eier entdeckt. Naja, die sind grün und rund. Aber das sind Äpfel, keine Eier. Schöner Versuch, Dino. Kommt schon, suchen wir weiter. Sieht so aus, als hätte Dino noch etwas entdeckt. Könnte das das letzte Drachenei sein? Das ist es. Ihr seid zwei richtig gute Detektive. Bringen wir die Eier zurück. Dino und Dina haben deine fehlenden Eier gefunden. Er sagt, jetzt sollten es sieben sein. Zählen wir mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben grüne Dracheneier. Ihr habt einen neuen Freund, Dinosaurier. Und er sagt, wenn ihr in sieben Tagen zurückkommt, dann sind die Eier ausgebrütet. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir sehen, was wir heute lernen werden. Schaut, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden Detektive. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir werden Detektive im Park sein, um Zahlen zu lernen. Dino, Dina, habt ihr Lust, verlorene Zahlen zu suchen wie ein Detektiv? Haha, ich habe auch Lust, Rätsel zu lösen. Als erstes holen wir uns unsere Zahlen. Bereit? Seid ihr bereit, eure ersten Zahlen zu lernen, Dinosaurier? Okay, fangen wir an. Dino, halte die Zahl Nummer eins hoch. Hervorragend, Dino, die Zahl eins. Alles klar, Dina. Was kommt nach der Zahl eins? Dann tu die Zahl zwei auf die Tafel neben die Zahl eins. Gut gemacht, Dina. Die Zahl zwei war die fehlende Zahl. Okay, Leute, noch eine Runde? Dina, halte die Zahl drei hoch. Möchtest du eine fehlende Zahl, Dino? Hahaha, die nächste Zahl wäre vier, Dino. Das ist die fehlende Zahl. Okay, Dino, die Zahl Nummer vier gehört an der Tafel neben die Zahl drei. Perfekt, Dino. Du bist an der Reihe, Dina. Du die Zahl fünf auf die Zahl fünf. Super, Dina. Die Zahl fünf. Okay, Dino. Da fehlt noch eine Zahl. Weißt du, was nach der fünf kommt? Ja, Dino. Die Zahl sechs. Tu die Zahl sechs auf die Tafel neben die Zahl fünf. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute sechs Zahlen gelernt. Wisst ihr noch welche? Das ist richtig, Dina. Ihr habt die Zahlen eins, zwei, drei, ja, Dino, und vier und fünf und sechs gelernt. Gut gemacht, Leute. Ihr habt die fehlenden Zahlen gefunden. Wie bitte, Dino? Ob du einen Detektivhut haben kannst? Aber natürlich kannst du das. Viel Spaß beim Detektivspielen, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Habt ihr zwei Spaß? Habt ihr Lust, heute wieder was vom Dino-Rad zu lernen? Großartig. Also, wer mag das Dino-Rad drücken und herausfinden, worüber wir heute etwas lernen? Das ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden Tennis spielen. Ich frage mich, wo? Auf dem Tennisplatz. Natürlich. Hat einer von euch schon mal Tennis gespielt, Dinosaurier? Nein? Also keine Sorge. Das macht eine Menge Spaß. Mal schauen, was das Dino-Rad uns für Dinge gibt zum Tennis spielen. Wow. Schaut mal, Dinosaurier. Wir haben Tennisschläger, Tennisschuhe und Tennisstirnbänder. Dann ziehen wir uns mal um und gehen zum Tennisplatz. Was sagt dir, Dinosaurier? Großartig. Auf geht's. Wow, Dino und Dina. Ist dieser Tennisplatz nicht fantastisch? Und schaut, da ist eine Tennisballmaschine. Wer möchte als erstes einen Tennisball schlagen? Okay, Dino. Also, erinnere ich, Dino? Du musst die Farbe des Balles rufen, bevor du ihn schlägst, okay? Das ist richtig, Dino. Es ist ein blauer Tennisball. Gut gemacht, Dino. Das war ein großartiger erster Versuch. Dina, möchtest du als nächstes? Gut gemacht, Dina. Du hast recht. Es ist ein grüner Ball. Dino, du bist wieder dran. Ja, es ist ein roter Ball, Dino. Wow, Dinosaurier. Ihr seid ja schon richtige Tennis-Experten. Dina, möchtest du den letzten farbigen Ball schlagen? Haha, das ist richtig, Dina. Das ist ein vielfarbiger Ball. Super, Dina. Was für ein kräftiger Schlag. Also, Dinosaurier, könnt ihr mir sagen, was für Farben wir heute gelernt haben? Ja, Dino, da war ein blauer Ball und ein grüner Ball. Und ein roter Ball und ein vielfarbiger Ball. Was für einen spaßigen Tag wir heute hatten. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Habt ihr Lust, Himmel und Hölle zu spielen und Zahlen zu lernen? Großartig. Dann fangen wir an. Oh, 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 oh. Eins, zwei. Schaut, da ist ein Hindernis. Da müsst ihr rüberhüpfen, Leute. Oh, oh, oh. Drei. Toll gemacht, Freunde. Ihr müsst ihr euch für die richtige Richtung entscheiden. Die Nummer vier. Oder das Kreuz. Okay, dann auf zu Nummer vier. Vier. Und fünf. Wo ist die Nummer sechs? Hey, schaut, hier ist sie ja. Meint ihr, ihr könnt auf die Nummer sechs springen? Sechs und sieben. Gut gemacht, Leute. Machen wir weiter. Oh. Oh. Mhm. Oder die Nummer acht. Dann auf zu Nummer acht. Acht. Und neun. Der letzte Schritt, meine Freunde. Das schafft ihr. Zehn. Gut gemacht, Dino und Dina. Wollt ihr jetzt zurück zum Start? Wir können alle Zahlen wiederholen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Das war fantastisch. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Toll, euch wiederzusehen. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Also, dann dreht das Dino-Rad und wir sehen, was wir heute lernen werden. Mal schauen, wo das Dino-Rad anhält. Das Zahlenfeld. Was kommt wohl als nächstes? Oh, schaut mal, ein ferngesteuertes Auto. Wofür wir das wohl brauchen? Ein Bällebad. Wir lernen zählen, indem wir ferngesteuerte Autos in ein Bällebad springen lassen. Wie aufregend. Hier kommen die Fernsteuerungen nicht. Vergesst die Fernsteuerungen nicht. Okay, dann mal los. Lasst uns Spaß haben. Und hier sind wir auch schon. Ihr müsst mit den Autos über diese Rampe fahren, sodass sie sich überschlagen. Und wir zählen, wie oft sie sich überschlagen. Dina, du bist als erstes dran. Fantastisch, Dina. Dein Auto hat sich einmal überschlagen. Okay, Dino. Jetzt bist du an der Reihe. Wow, das war fantastisch. Dein Auto hat sich zweimal überschlagen. Jetzt bist du wieder an der Reihe, Dina. Unglaublich, Dina. Dein Auto hat sich dreimal überschlagen. Gut gemacht. Dino, mal sehen, wie oft dein Auto sich überschlagen wird. Wow, ist das fantastisch. Dein Auto hat sich viermal überschlagen. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Wollt ihr noch mal zählen, wie oft sich eure ferngesteuerten Autos überschlagen haben? Okay. Eins. Zwei. Drei. Viermal. Wir haben heute so viel gelernt. Ach, ich freue mich so für euch, ihr lieben Dinosaurier. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schaut, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir zählen mit Süßigkeiten. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir zählen Süßigkeiten im Park und lernen etwas über Zahlen. Dino, Dina, würdet ihr gerne lernen, wie man Süßigkeiten zählt? Haha, ja, ich finde Süßigkeiten auch toll. Also, holen wir uns erstmal Süßigkeiten. Wartet, Leute, ihr könnt nachher die Süßigkeiten essen. Erst tun wir eine bestimmte Anzahl an Süßigkeiten in die Süßigkeiten schüsseln. Bereit? Seid ihr bereit, eure erste Zahl zu lernen, Dinosaurier? Okay, dann fangen wir an. Dino, tu eine Süßigkeit in die Süßigkeiten-Schale mit der Nummer 1 darin. Hervorragend, Dino. Deine Süßigkeiten-Schüssel hat eine Süßigkeit. Jetzt bist du an der Reihe, Dina. Aha. Tu zwei Süßigkeiten in die Süßigkeiten-Schüssel mit der Nummer 2 darin. Gut gemacht, Dina. Deine Süßigkeiten-Schüssel hat zwei Süßigkeiten. Okay, Leute, noch eine Runde. Du willst mehr als eine Süßigkeit irgendwo reintun, Dino? Deine nächste Zahl ist 3, Dino. Das sind eine Menge Süßigkeiten. Okay, zählen wir. Dino, tu drei Süßigkeiten in die Schüssel mit der Zahl 3 darin. Hm. Perfekt, Dino. Du bist an der Reihe, Dina. Tu vier Süßigkeiten in die Schüssel mit der Zahl 4 darin. Haha. Das sind vier Süßigkeiten. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute vier Zahlen gelernt. Könnt ihr euch noch erinnern, welche? Das ist richtig, Dina. Ihr habt die Zahlen 1, 2, ja, Dino, und 3 und 4 gelernt. Wie bitte, Dina, ob ihr jetzt eure Süßigkeiten essen dürft? Natürlich dürft ihr das. Viel Spaß mit euren Süßigkeiten, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.